Marco da bist du ja ja mein ja aber eigentlich auf der tag ist wie gesagt sonst überhaupt kein problem und auch überhaupt nichts dagegen ja alles laufen super bei mich flüssig jetzt durch ich probiere es noch mal mit 120 fps wenigstens probieren es mal mit 100 marcus erinnert sich ein bisschen das irgendwas denn was dann was mein und mein skin deine mundöffnung von ach so was will er denn so mehr gestern das scheiß foto ja man nehme ich klar sobald ich die über 60 frames machen es ist ja gewinnen wir uns schon dran in der ps4 spiele aber spiele mit maus ok 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 auf der ps4 hat schon kommen mein kumpel auch sagt auch mit maus und tastatur an der blazi kommst du klar damit der markus greift schon wieder meine zuschauer ab oder wenn du kein content lieferst da kann ich doch nichts davor du hast du hast ein affiliate jetzt bin ich dran jetzt kannst du mir die füße stillhalten muss das streamen mein freund da bin ich doch jetzt mittlerweile seit nach einem vierteljahr pause auch wieder dabei ich glaube acht verschiedene tage im monat drei zuschauer im durchschnitt 50 follower jawohl alter mit der panzerpause wo war er denn keine ahnung in einer ganz beschissenen ecke kannst du auch ruhig mal eine runde machen nein hast du fein gemacht marco spitz nass agenten ihr habt angriffsfreigabe na klar ich habe immer so ein bisschen bedenken wenn du an der place mit maus und tastatur spielst da sind aber keine verzögerungen drin oder also das wäre so meine das hat die leid drin ist läuft junger läuft das sind drei runden für uns angel of darkness wenn du glück hast ist das tun wir ganz schnell vorbei ja jetzt haben wir doch große fresse und in zehn minuten sieht es wieder anders aus ja ja waffenfreigabe macht ihnen die hölle kreis waffenfreigabe macht ihnen die hölle kreis das ist ein bisschen ziel uuuh schön marco uuuuh 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 Macht die Sowjetunion stolz! Ihr habt euch wie erwartet geschlagen, macht euch bereit für einen neuen Eintracht! Killer Queen! Killer Queen ist aber tot! Jetzt hat ich ausgekillert! Der hat hinten killert! Die Zeit läuft ab! An die Arbeit! Läuft Marco, Junge! Achter ist wieder da rüber! Schön! Partyart, Junge! Nz, 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 nz! Das war ein Shot, Teddy! Wie schön, Alter! Zweimal mit einer Panzerfaust geknickt, Alter! Hat der Baum verfauft! Ach, ich glaube, ich könnte mein Ton ein bisschen, also von meinem Mikro den Ton ein bisschen runter schrauben, ne? So, sorry, ich setze nicht auf, wenn du was gesagt hast, habe ich es nicht gehört, Marco! Nein, ich habe nichts gesagt! Okay! Ich weiß nicht, ob ich zu laut bin für einen Stream mit einem Mikro! Kann ich jetzt leider auch, oder? Ja, das ist alles gut! Jetzt hoge ich gerade ein bisschen bei mir, das tut mir gerade leid, ist aber gleich behoben! So, so müsste ich mich auf jeden Fall besser hören! Ne, bin ich zu laut? Okay! Danke, Hasi! Ich habe es trotzdem ein klein wenig runter gemacht! Nicht, dass ich hier alles übersteuere! Warte auf das Ende der vorigen Spiels des Gegners! Bisher wird auf die Leute hier warten! Na klar! Wir waren halt... Zweite auch eine schnelle Runde von uns! Es war eine geile Runde auf jeden Fall! Also die haben auch auf jeden Fall abrasiert! Was gibt es eigentlich hier als Turniersieg? Wieder ein Bauplan! Dann muss ich aber unbedingt... Warte mal, da muss ich mal kurz noch die Dings ändern, die ich... Info! C-O-D... Turnier! Da ist der Kolpert draufgeschrieben! Alter! Ich sag mir nicht, dass die Valkyrie die noch schaffen! Alter! Schau jetzt mal an, er da hinten drin! C-O-D Turnier mit Kirito! So! Ich hab nur den Titel geändert! Ich hab C-O-D Turnier draus gemacht! Du musst ja nicht, dass wir das Feuergefecht tun, er wieder da ist! Ja, das ist schon jetzt länger als so viel da! Ne, war letztes Wochenende nicht da, wenn du dich besinst! War nicht da, ne? Ne! Umso besser für uns! Ja! Wie viele Schritte hab ich eigentlich schon auf der Uhr hier? 362.712! Ja, bei Zubehör, die Uhren, da hab ich eine Uhr, die als Schrittzähler fungiert! Ja! Und da hab ich jetzt 362.000 Schritte auf der Uhr! Rauschen! Rüppel! ля viel Veränderung, das hat viel lebend! Rönen! Blo dem 21 zu dem ist amsterdam es ist fuhrgefecht amsterdam ganz witzig in amsterdam ob es witzig wird in amsterdam amsterdam witzig wird es nur wenn wir gewinnen markus na dann warte ich mal bis musik rein turniermusik die ist einfach ein bisschen zu laut die kann ich aber auch von der lautstärke nicht runter drehen irgendwie schade sehr froh dass überhaupt ein stream deck hat das ist was ich möchte nicht mehr müssen zwar erst mal eine übelste formelei mit einstellen aber wenn du dann weißt wie es funktioniert danke dass man auch eigentlich man von auf einem auf dem bild geld schausschützen gewehr ist visiert drauf aber spielen tun wir ohne ich glaube ich nehme nicht die folge gefecht das schicksal der freien welt liegt in euren händen ja ich habe auch gehabt scheiße hat schnell abgedrückt hat sich ja die karabiner ist schon hardcore ist nicht die karabiner nicht das ist die swisten ja ich kann mit der wir sind zwar hier hat er mich beim ersten mal da habe ich ihn da genau wie sie gehabt und er hat schnell abgedrückt hat was nicht getroffen ich habe gar nicht geschafft zum abdrücken er zu schnell abgedrückt habe ich gar nicht hingekriegt die leute zu hause zählen auf euch ich hab dir meinen arsch gerettet genau neben dir war einer hier oben ist er scheiße danke marco das wäre es jetzt noch gewesen werden diese leistung müssen wir noch mal bringen ich habe noch nicht mal anvisiert du hast läuft es eigentlich flüssiger als sonst kalt war waffenfreigabe ihr könnt angreifen wir haben schon das jetzt gemacht ist das ding zurückgeprallt das tomahawk das muss ich habe gekonnt daneben geworfen mir ich habe geguckt ne da ist auch keiner so faktor ist daneben mir die offene tür guckt so und jetzt lade ich gerade nach tomahawk geworfen deswegen ist wirklich zurückgekommen das ist mies hier repräsentiert die firma saubere arbeit schnelle arbeit wir haben nur noch dich im kampf nachladen marcus also zu gestern kann ich nicht vergleichen aber es läuft jetzt flüssig okay danke also es ging mir aber gerade ja die muffe duell halte hast du aber du hast auch nicht mehr viel leben gehabt zeigt ihnen wie die cia das macht wir haben nur noch dich im kampf Kopf runter blickt nach vorn bereit machen für erneuten einsatz nice waffe wenn du mit der gut umgehen kannst ich habe mir auch was gehabt ein treffer noch gewesen dann naja sieht alle kontakte als feindlich an ich gehe hier lang einen habe ich den da hinten hast du ja nice nicht übermütig werden diese leistung müssen wir noch nahe bringen schön die kniescheibe nach hinten geschossen naja jetzt hat er einmal kängurubeine oh god ich gehe durchs haus die missionszeit läuft lass den hammer kreisen wir haben nur noch dich im kampf du hast du weißt dass du ein ding hast oder schnappt euch neue munition wir gehen wieder rein oh das wird jetzt knapp fuck scheiße Mist oh und das ding ist hat die haare den bart weggestutzt weißt du die ausbildung ist vorbei mal sehen was ihr könnt nein ach scheiße schnappt euch neue munition wir gehen wieder rein fuck ey nein kein kummer mehr aber egal ist einfach so stark aber es hätten die 3 selber grünes licht ne fahrt da aufhör oh alter es liegt jetzt um hier mach die agency stolz ne verlängerung erobert diese flagge ne nein kopf runter blick nach vorn bereit machen für erneuten einsatz wo bist du denn jetzt gewinnen ist das schon matchbar ja die haben wir nicht gekündigt und wir spielen schütze die 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 Unsere Freiheit! Wo ist er denn? Kein Plan Verlängerung! Sichert die Flagge! Arschloch! Entschuldigung wollte ich nicht sagen Scheiße! Wir haben ihre Serie gebrochen! Weiter so! Taktik gewährt drängt dran oder nimmst die Magnum Viel Glück Soldaten! Die Leute zu Hause zählen auf euch! Einen habe ich! Ah, der ist bei uns hinten aufs Baumpunkt! Und ich habe schon wieder nicht dran gedacht, dass das Ding selber hat! Das Ding war auch bald schon wieder an die Hose gegangen! Ja! Ja! In Amsterdam! Ja! Allein! So haben wir es jetzt freigeschalten hier! Ein Emblem! Geht weiter! Mal gucken! KGB! Oh nein! Ist aber ausgeglichen! Er spielt mit einem Blazyspieler! Also ein Computerspieler, ein Blazyspieler und bei uns! Computer und Blazyspieler! Jau! Ah! Hm! Feuergefecht! Das Politbüro sieht zu! Macht sie stolz auf euch! Ja! Hinter uns! Also in der Mitte ungefähr! Nein! Ich musste nachladen! Tröste dich Genosse! Wir schlagen sie nächstes Mal! Boah! Ich hab den beinahe gehabt! Ja! Und auch noch Headshot! Da hat eine Salve gereicht! Ja! Die Zeit läuft ab! An die Arbeit! Nice! Zeig diesen Imperiösen, dass das kein Zufall war! Dann ist man! Juh! Hoppala! Ja! Bist du schon erschreckt das schon? Das wird einfach dauer! Ja! Na klar! Jetzt wird's auch erschreckt! Freilich! Spätznaß! Behauptet eure Dominanz! Scheiße! Deine ist fast tot! Auf der linken Seite! Wir schlagen sie nächstes Mal! Marco! Das war geil! Schade! Und der eine war fast tot gewesen! Wir schlagen sie nächstes Mal! Das war ein... Das war ein nicer zu gewesen von dir! Oh! 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 Ah! Du bist ein einsamer, Wolf! Kämpfer! Oh! er ist dauernd auf der anderen seite oben flacke ich hab gedacht da guckt doch ein kleines köpfchen raus nein das ist schon mal eine salben scheiß so eine salbenkacke das war doch gut und dann läuft doch mal was hast du dann kannst du das ding doch alleine rocken macht euch bereit für einen neuen einsatz so eine scheiß salbe beseitigt alle bedrohungen ach komm erinnert euch an diese niederlage damit sie uns zum nächsten sieg treibt so eine harte runde marcus ja spitz nass agenten hier kommt eine freigabe du bist ein einsamer wolf kämpf um den sieg ich bin nicht erlaufen alter erinnert euch an diese niederlage damit sie uns zum nächsten sieg treibt mit schönen dahergedackelter kacke spitz nass ihr habt angriff freigabe da hinter dir hinter dir da bleibt hinter dir geil ihre serie ist beendet dranbleiben das politbüro sie zu macht sie stolz auf euch scheiß ich muss nachladen ich habe vergessen dass ich es lange dauert heilung ihr habt euch wie erwartet geschlagen macht euch bereit für einen neuen einsatz dann sind wir im finale sehr wohl hat das ding aber schon griffbereit gehabt spitz nass ihr habt grünes licht vorwärts der einsamer wolf kämpfer um den sieg ah hey ho was geht was geht marco konzentriert sich jetzt macht sich schon mal sehr dich drauf bereit wir haben doch gewonnen ja jetzt kommt es finale ja ja du weißt ja ja du hast vielen dank ja sascha ich spiele momentan wieder mit einem kumpel aber gerne war ein rebert ich denke mal so wie beim letzten mal circa mit der uhrzeit oder marcus denke schon ja so 20 uhr bist du ja so bei 20 uhr 20 15 komme ich rebert rein dass ich das auch mal wieder spiele du bin ja aus der übung raus marco das finale ist doch ich muss mir noch druck setzen läuft das besser eben nicht nach klar und dann auch noch unsere map was läuft bei dir momentan nichts nur ein bisschen wie ein bisschen gold menschen töten weil ich menschen habe cool du auch ja ich habe den besten beruf dafür und wie vielleicht war ich so alles gut bei euch ich gehe oben rechts ich gehe unten ja waffen freigabe ist einzelfeuer denk learnwende die lettrin lässt jaja 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 nicht übermütig werden diese leistung müssen wir nun mal bringen das ist einzelfahrer bei den dinger diese leistung müssen wir noch mal bringen die waffe war geil die muss man merken nein nein der hat mich geblendet das sind drei runden für uns alter mako da der hat mich schön unten reingeschossen da was richtig wie tut er hat er hat mich für mich ich glaube links sieht alle kontakt als feindlich da kommt nun bei dir ein habe ich vier runden macht weiter druck das ist ja ja taktisch gut gespielt danke für den dörg kaffe die missionszeit läuft lasst den hammer kreisen es liegt jetzt an dir macht die agency stolz alter nicht dein ernst schnappt euch neue munition wir gehen wieder rein jetzt nur nicht nachlassen ich gehe oben rechts die ausbildung ist vorbei mal sehen was ihr könnt jetzt ein sieg noch mal dann hätten wir ein turnier im allerersten mal komplett im ersten durchlauf geschafft ich hab dich gehört mein freund 7.1 ist da geil grünes licht grünes licht der ist oben der ist so mitte oben weißt schnappt euch neue munition wir gehen wieder rein eigentlich schon geil aber der zu wenig schüsse magazin die hat sechs schüsse achten rechts kam mit rechts marco rechts ja wir haben nur noch dich im kaffee jetzt lasst das ding nicht rumreißen ja ich will das ding zum allerersten mal in der geschichte in einem im ersten durchlauf schaffen kam ak das wird er wohl das ist unser ding das schicksal der freien welt liegt in vorderen händen danke warum ich gleich so so hart waren die gar nicht die unspektakulär alter wir haben gerade ein turnier im ersten durchlauf durchgerockt was da los ja wie nice ist denn das bitte einmal komplett alles freigeschalten beim ersten mal das ist geil ich bin ich bin es ja es ist Untertitelung des ZDF, 2020